20 dieser Bewegungen drehend und kreisend nach oben und 20 mal die Augenbrauen drehen und drücken, werden deine Schlupflider deutlich verbessern und deine Augenfälchen minimieren. Welches preisgekrönte Öl ich dafür verwende und welche Tipps und Tricks ich noch für dich parat habe, das kommt jetzt im Video. Die Haut sollte gründlich gereinigt sein und anschließend trag dir noch ein Tonic auf. Wenn die Haut etwas angefeuchtet ist, kann das Öl besser in die Haut einziehen. Auch den Hals und das Dekolleté nicht vergessen. Die Steine, die ich benutze, die sollten immer gut sauber gemacht sein und ich lager sie im Kühlschrank. Das sind handelsübliche Gua Sha Marshrooms, so nennt man sie auch, von DM habe ich sie gekauft und sie sind aus Rosenquarz. Und wenn sie gekühlt sind, reduzieren sich die Schwellungen einfach schneller. Was ihr auf jeden Fall machen solltet, sie immer regelmäßig auch reinigen und ein Öl verwenden. Denn das Öl gleitet einfach besser über eure Haut und ihr vermeidet eine Reibung. Dann geht ihr erst einmal hin und entspannt euch und lasst die Schultern kreisen, lasst den Kopf kreisen. Geht einmal hin, entspannt den Kopf. Ich verwende am liebsten dafür die Overnight Miracle Drops von der Firma The Rose. Ja, das Besondere daran ist, dass es kaltgepresste Hagebuttenkerne sind, 100% naturrein, für eine reife, dünner werdende Haut. Für eine Haut, die fahl ist, wenn ihr zum Beispiel zu Hause feststellt, dass ihr so einen gräulichen Schleier auf eurer Haut habt, die Haut oberflächlich trocken ist und überhaupt keine Ausstrahlung hat, dann sind das genau die richtigen Tropfen. Ja, es ist so, dass nicht nur diese Hagebuttenkerne dort drin sind, sondern der sogenannte Cotinusbaum. Cotinusbaum, das ist der Perückenstrauch. Ja, aus dem Holz der Zweige wird das Öl gewonnen und das Besondere daran ist, es ist antiseptisch. Ja, wenn ihr zum Beispiel Entzündungen auf der Haut habt oder ihr habt eine Art Reibeisenhaut oder eine Rosazea, dann ist es auch geeignet. Also es ist selbst für die empfindliche Haut geeignet. Ihr könnt es morgens und abends anwenden, denn es hat auch noch einen natürlichen Sonnenschutz, einen natürlichen UV-Schutz. Ja, ich habe es also die Tage öfter benutzt, wie ihr also sehen könnt, und zwar auch morgens. Also morgens habe ich es zum Beispiel unter der Foundation genommen und abends als meine Routine. Das heißt, ich habe mein Gesicht gereinigt, ein Double Cleansing, also zuerst das Make-up abgenommen und dann halt nochmal die Reinigung gemacht. Und dann gibt es wirklich nur dieses eine Produkt, also ganz minimalistische Naturkosmetik. Ja, was ist das Problem bei den meisten? Dass sie einfach zu viel Produkt benutzen oder zu viele Produkte. Und ja, damit kann euch das einfach nicht passieren, denn es ist ein Clean-Beauty-Produkt, 100% Naturrein. Und wie es jetzt angewendet wird, das zeige ich euch jetzt. Mit dem Öl bekommt ihr eine schöne, gesunde Gesichtsfarbe. Es hat Omega-3, 6 und 9 und Beta-Carotin enthalten. Und zwar geht ihr dann einmal hin und nehmt euch 3 bis 4 Tropfen. Das reicht ganz locker, ja, für das ganze Gesicht. Wenn ihr vielleicht jetzt wie heute diese Massage durchführt, dann könnt ihr natürlich auch ein bisschen mehr verwenden. Aber mit diesen 3 Tropfen, auch jetzt hier am Hals und auch am Dekolleté angewandt, ja, seid ihr wirklich schon auf der sicheren Seite. Ihr könnt das Öl dann einmal schön einmassieren und verteilt es ganz gleichmäßig erst mal über das Gesicht. So, heute gebe ich ein bisschen mehr drauf, damit eben diese Gourscha-Pilze schön gleiten können. Und den Überschuss könnt ihr dann immer noch mit einem Tuch abnehmen und drückt das einfach dann nur so auf die Gesichtshaut. Ihr startet am Schlüsselbein und zwar mit greisenden Bewegungen nach innen. Immer so circa 3 Wiederholungen. Dann mit greisenden Bewegungen hier am Hals entlang. Der Kopf kann so ein bisschen gesenkt werden nach vorne. Mit greisenden Bewegungen wieder zum Schlüsselbein und hier die Punkte am Nacken nochmal stimulieren. Schön nach oben am Hals entlang arbeiten. Dann setzt ihr die Steine einmal hier an die Zornesfalte. Und mit greisenden Bewegungen geht ihr die Stirn entlang. Das macht ihr dreimal. Dann ansetzen an der Zornesfalte und nach außen streichen. Dann setzt ihr neben dem Auge an. Dreht nach außen. Hiermit liftet ihr die Augenpartie. Erstens ist es sehr angenehm. Und zweitens könnt ihr für das Lifting dann circa 10 Mal hier nach oben gehen. Dann nehmt ihr die Steine am Anfang und geht einmal so gegen die Augenbraue. Dreht die Steine noch einmal um und setzt sie euch in die Augeninnenhöhle. Einmal drücken. Atmen. Und entspannen. Die Augen schließen. Wieder drehen. Und mit kreisenden Bewegungen nach außen. Hier die Punkte stimulieren. Und wieder zum Auge. Einmal drehen. Kreisen. Punkte. Stimulieren. Und nach innen. Dreht die Steine wieder. Und dann setzt sie in eure Augenhöhlen. Augen schließen. Augen schließen. Entspannen. Und ihr merkt schon, wie ihr plötzlich ruhig werdet und wie ihr schon langsam richtig runterkommt. Und nochmal drehen. Und nochmal drehen. Jetzt geht es ohne kreisende Bewegung. Dreimal. Und nochmal drehen. Und hier auf den Augenbogen setzen. Und hier auf den Augenbogen setzen. Und hier auf den Augenbrauen. Und hier auf den Augenbrauen. Und geht einmal so nach außen. Und geht einmal so nach außen. Augen schieben. Und пох wherever terus dishesn. Gut. Und zusammen. Und genau. Und wenigstens witzig. Lymphdrainage ist es eine Lymphstimulation. Ihr könnt auch abends eure Augencreme immer damit einarbeiten. Wir arbeiten auch immer von der Nase nach außen. Einmal hier an diesem Punkt, einmal hier an diesem Punkt und einmal hier an diesem Punkt. Jetzt geht es von der Nase nach außen. Vom Mundwinkel wieder nach oben zum Ohr. Immer hier verharren und drehen. Um die Wangenknochen zu heben, könnt ihr noch einmal hier drehen und nach oben schieben. Schaut aber bitte immer und achtet darauf, dass ihr das mit einem ganz, ganz leichten Druck macht. Der Druck darf auf gar keinen Fall zu stark sein. Denn die Lymphe sitzt ganz leicht unter der Haut. Das heißt also, um sie also zu entschlacken, dürft ihr gar nicht so festdrücken, sondern wirklich einfach das Ganze nur nach außen schieben. Wer jetzt das Kinn etwas lüften möchte, geht einmal so. Verharren Gegen die Hängebäckchen arbeiten wir so. Bei einer Kosmetikerin würde man circa jetzt 20 Minuten liegen und sich verwöhnen lassen und eine Massage geben lassen. Das könnt ihr wunderbar mit dem Öl jetzt auch zu Hause machen. Ihr arbeitet es damit dann gleichmäßig ein und habt dann über Nacht diesen tollen Effekt. Morgens wird die Haut sehr beruhigt und strahlend sein. Noch einmal hier hinten anfassen. Ihr werdet mit der Zeit auch merken, was euch gut tut. Und spürt, welche der Massagen und an welchen Stellen es besonders angenehm ist. Ich finde auch immer hier oben in dem Augenbereich, durch das Schließen der Augen kann ich mich persönlich am besten entspannen. Augenlift Drehen Nach oben Halten Augenlift Augenlift Drehen Nach oben Halten Braunlift Mit der kleinen Seite Unter die Augen Unter die Augen Kreisende Bewegung Halten Nach oben ziehen Unter die Augenbrauen Halten Nach oben ziehen Und ihr seht jetzt schon, dass das die Augen schon richtig anhebt. Die Massage endet immer am Hals und ihr geht den umgekehrten Weg mit kreisenden Bewegungen nach unten. Schaut, dass ihr den inneren Bereich frei lasst, wegen der Schilddrüse, geht hier nochmal an das Dekolleté, kreist. Wer jetzt Probleme noch hat mit den Lippen kann auch genauso wie an den Augen einmal über die Lippenfältchen drücken. Drücke nochmal am Hals Drücke nochmal hier an mein Schlüsselbein Drücke nochmal hier an mein Auge Drücke nochmal hier nochmal in meine Augenhöhle Drücke nochmal hier nochmal in meine Augenhöhle Gehe zur Seite Gehe nach unten Und beende die Massage An meinem Schlüsselbein Das war die Massage mit den Guascha Pilzen Wer jetzt noch eine Alternative sucht Für die Guascha Steine Zum Beispiel liften wir in dem Video Die Hängebäckchen Ja, der schaut gerne hier oben mal rein Ansonsten sage ich wieder Vielen lieben Dank fürs Zuschauen Gerne ein Däumchen hoch Und auch ein Abo Darüber freue ich mich immer Und schreib mir doch unten mal in die Kommentare Hast du zu Hause auch ein Guascha Stein? Wie kommst du damit zurecht? Das würde mich interessieren Ich sage wieder Vielen Dank Tschüss ihr Lieben Bis ganz bald Bis nächste Woche Dankeschön fürs Zuschauen Ciao